Kurz und bündig Fichtenkrankheiten, Fichtenparasiten. Was man da so sieht, sind nicht in etwa irgendwie junge Zapfen, die sich nicht entscheiden können, ob sie doch noch Planung kriegen oder nicht, sondern ist eine Galle von einer Fichtengallaus. Also das ist praktisch, zu Hause wird da, also dieses Viecherl, der, was da drinnen praktisch sich entwickelt, kann die Fichte anregen, dass, ja, eine genetische Umprogrammierung eigentlich. Also das seht, eigentlich war das so ein Trieb gewesen, wo einfach sowas rausgekommen sollte, aber dieses Viecherl hat die Begabung, da sieht man das Schöne, Schatz, da ist das Schöne rausgekommen, und da wird praktisch dieser Jungtrieb umgewandelt in so eine Galle. So nennt man eben dieses Zuhause für solche, gibt Geilwespen, gibt Geilmücken, gibt Geil, weiß ich nicht, aber eben keine jungen Zapfen oder so, oder keine Blüten, sondern eigentlich eine Erkrankung, ja, Erkrankung, also zum Arzt muss der Baum jetzt nicht, kann nicht damit umgehen, aber ein Parasit, sagen wir so dazu, okay? Vielen Dank.